Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu mal wieder einem Keyboard-Teil. Ich habe gedacht, ich rede mal über ein Instrument, an dem ich mich sehr freue, mich mittlerweile austoben zu dürfen, nämlich der Kirchenorgel. Ich finde das ein unglaublich geniales Instrument, weil so einen riesen Frequenzumfang, wirklich Infraschall bis oberer Ende Hörvermögen, großartig und unglaublich viele Klangfarben, die ich da nutzen kann, wenn sie da sind, je nach Registrierung. Genau, großartiges Ding und ich habe gedacht, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen was dazu. Fangen wir mit der Geschichte an. Es gibt zwar schon in der Antike so erste orgelähnliche Dinge, aber wirklich losgehen tut es dann so, ja, um 800 nach Christus. Da ist dann Karl der Große, spielt da irgendwie mit und da tauchen einfach so die ersten Orgeln wirklich auf. Sinnvoll auftauchen tun sie dann, wer meine Geschichtsvlogs gehört hat oder gesehen hat, in der Renaissance Barock, da geht es dann so richtig los, dass sich einfach auch diese Orgeln entwickeln. Mit den verschiedenen Klangarten und der Mechanik, wie sie jetzt ist. Es gab da unterschiedliche Herangehensweisen, südlich der Alpen, nördlich der Alpen. Die Franzosen haben es ein bisschen anders gemacht als die Deutschen, die Italiener wieder komplett anders. Also, aber mittlerweile hat sich das so alles auf eine Art getroffen. Die Registrierung ist halt noch so ein bisschen unterschiedlich. Da sieht man dann sehr schnell, was ist eher französisch inspiriert, was ist eher romantisch inspiriert, was ist aus der Barock noch inspiriert und so. Da gibt es dann schon noch Unterschiede, aber mittlerweile ist das eigentlich so. Vor allem auch von der Bauart und Weise ein und das Gleiche. Kommen wir auch schon zur Funktionsweise. Die Funktionsweise ist eigentlich relativ simpel. Wir haben einen Blasebalk und dieser Blasebalk sorgt für einen einheitlichen Luftstrom an allen Pfeifen. Und jetzt je nachdem, welche Taste ich drücke, geht quasi abhängig davon, welches Register ich gezogen habe. Also ich wähle quasi eine Pfeifenart aus, sage ich hätte gern Prinzipal 8 Fuß, was weiß ich. So, drücke das, dann wird quasi dieses Register aktiviert. Und wenn ich jetzt die Taste C drücke, geht beim Prinzipal 8, beim C die Klappe auf, Luft strömt rein und ich habe einen Ton. Wirklich so einfach. Früher natürlich alles noch sehr mechanisch, logisch, so. Heutzutage eigentlich elektronisch. Vielleicht maximal, wenn die Orgel echt alt ist, noch mit Seilkonstruktionen. Aber in der Regel ist das mittlerweile alles eher elektrisch. Vor allem auch die Registrierung, ich drücke da drauf und könnte auch auf der Tastatur eine Taste drücken. Das wäre genau das Gleiche. Genau. So, das zu der Spielweise. Also ich will da jetzt gar nicht so genau auf die ganzen Begriffe eingehen, weil... Ich zeige euch auch mal immer mal wieder so ein paar Bilder, die ich gemacht habe an der Orgel in Bornheim, wo ich üben darf, die ich da geschossen habe. Und will euch aber noch ein Bild von einer anderen Orgel zeigen und das ist die größte Orgel der Welt. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, dass ich es genau finde, dass ich euch keinen Quatsch erzähle. Und zwar ist das diese Orgel hier, die hat 28.522 Pfeifen. Und wie ihr seht, auch einige Manuale übereinander. Das ist aber dann nicht mehr Kirchenorgel, das ist eine Orgel, die für ein Kino und ein Theater gedacht war. Deswegen sind da auch andere Register drin. Das gab es dann auch noch so parallel zu Kirchenorgeln gab es noch die Theaterorgens. Die haben dann einfach eine andere Registrierung, da war es halt für Stummfilme war das dann da so der Ding. Aber ich will mich jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Kirchenorgeln fixieren. Wenn wir uns Pfeifen angucken, haben wir im Prinzip zwei verschiedene Arten. Wir haben Holzpfeifen und wir haben Metallpfeifen. Die haben einfach unterschiedliche Klang-Eigenschaften, so wie alle Pfeifen. Egal, ich kann Pfeifen auf verschiedenste Art und Weisen bauen mit dem Luftauslass da und hier und dann noch so ein Zwischending drin und aus anderen Materialien und zwischendrin ein Materialwechsel und was weiß ich. Und das gibt einfach alles einen unterschiedlichen Klang. Und Ziel des Ganzen war es einfach oder ist es nach wie vor, andere Instrumente nachzubilden. Es geht natürlich mit allen Blasinstrumenten relativ einfach. Natürlich klingt aber eine Trompete an einer Orgel nicht wie eine Trompete, die Trompete spielt. Aber darum geht es auch nicht. Ja doch irgendwie schon, aber halt den Charakter rüber zu bringen. Und interessanterweise oder schönerweise kann man sich wirklich daran auch festhangeln. Das heißt, wenn ich von der einen Orgel auf die andere wechsle und da steht Trompete, dann klingt das schon ähnlich wie die Trompete, die ich auch an meiner Heimatorgel kenne. Prinzipal zum Beispiel auch. Prinzipal sind die Orgel, die immer vorne sind. Deswegen heißen die so. Das ist auch einer der gleiche Klang, auch eine Mixtur. Dieses Mixtur sind mehrere. Mehrere Pfeifen zusammen, die gleichzeitig klingen. Relativ hoch meistens. Und das ist auch immer das Gleiche. Kurz zu der Erklärung mit dem Fuß. Das ist schlicht die Größe der Pfeifen. Es gibt ein Fuß, zwei Fuß, vier Fuß, acht Fuß, 16, 32, 64. Und das ist dann jeweils eine Oktave tiefer. Also 64 Fuß ist das Allertiefste. Da geht es dann schon sehr in den Infraschall. 16 Fuß ist an der Grenze zum Hörbaren. 8 und 4 ist so das Gängige, das was man nutzt. 2 und 1 ist dann halt das Hohl. Und an der Orgel nutze ich einfach diese Oktavstaffelung und spiele wirklich gleichzeitig mehrere Klänge in verschiedenen Oktaven übereinander. Es gibt das Ganze auch noch mit Quarten dazwischen und Quinten dazwischen. Auch das gibt es. Kann ich nutzen. Um den Klang einfach zu füllen. Es geht darum, halt unterschiedliche Dynamikabstufungen zu haben. Weil eine Orgel kann ja nur immer eine Lautstärke. Aber je nachdem, welche Register ich verwende, kann ich Dynamik schaffen. Das heißt, nehmen wir das konkrete Beispiel einer, 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 in der Kirche, im Gottesdienst. Ich begleite das Ganze erstmal in der ersten Strophe ein bisschen dezenter. Bei der zweiten haue ich dann vielleicht nur noch die Melodie in irgendwas Strahlenderes rein. Und zum Schluss in der dritten Strophe gebe ich dann so ein bisschen Vollgas. Und dann zum Auszug gebe ich dann richtig Vollgas. Hau einmal das Tutti rein und bam, die Beam. Genau. So. Übrigens noch zu den Größen kurz. Ein Fuß sind circa 30 Zentimeter. Dass ihr euch das vorstellen könnt. Und da geht es immer um das große C. Also die Referenz ist immer das große C. Ja? Verstanden? Sehr gut. So. Und der Trick am Orgelspielen besteht jetzt schlicht und ergreifend darin, dass ich ja verschiedene Manuale habe in der Rede. Ich habe mehrere Handmanuale. Also ich habe nicht nur eine Tastatur, sondern ich habe mehrere übereinander. die an verschiedene Pfeifengruppen gehen. Und ich habe noch ein Pedalwerk. Das heißt, ich spiele auch noch mit den Füßen. Natürlich mit den Füßen immer nur einen Ton gleichzeitig. Das ist dann quasi so der Bass. Aber die Kunst ist es halt wirklich, die Füße und die Hände in Koordination zu bringen. Und das ist unglaublich schwierig. Das macht zur Zeit unglaublich viele Knoten in meinen Kopf. Ich übe da wirklich sehr, sehr einfaches Zeugs und es will nicht so ganz funktionieren. Und auch durch die Trägheit, die so eine Orgel mit sich bringt, durch diese Zeitversatz, Taste, Drücken, Pfeife klingt, ist es unglaublich schwierig, das irgendwie zu spielen. Also wenn man Klavier kann, ist Orgel nochmal was komplett anderes. Aber es ist unglaublich spannend und es macht mir unglaublich Spaß, da weiterzumachen und noch weiter zu üben und besser zu werden. Genau. Es gibt jetzt eben unglaublich viele verschiedene Arten und Weisen, wie diese Pfeifen aufgebaut werden können und wo sie hingestellt werden können. Da gibt es dann zum Beispiel auch noch so etwas wie ein Schwellwerk. Das ist ein Kasten, um eine Pfeifengruppe mit Jalousien, die ich über ein Pedal, also über so einen Träter, aufklappen kann. Das heißt, der Klang wird so ein bisschen gedämpfter oder er wird eben umgedämpft. Das macht auch nochmal Dynamik. Dann kann ich auch Pfeifengruppen an unterschiedlichen Stellen anbringen und klingen sie auch nochmal anders. Und das sind alles so dann Unterschiede von der einen Orgel zu der anderen, wo man sich dann als Spieler auch erstmal drauf einstellen muss. Was kann jetzt diese Orgel und was davon möchte ich nutzen? Eine Aufnahme jetzt konkret von dieser Orgel kann ich euch leider nicht bieten. Aber ich versuche ein paar Orgelaufnahmen hinzukriegen oder zu finden und packe die hier einfach noch dazu. Ja. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dableiben. Wenn es euch gefällt, gerne den Daumen hoch und auf Abonnieren klicken. Bis zum nächsten Video. Tschüss mit Ös.